hallo zusammen hier sind Sally und Rockaby mit unserem ersten Versuch eines Let's Plays wir haben uns dafür rausgesucht Pflanzen gegen Zombies wollen Multiplayer spielen schieben uns den Controller so hin und her also Sally fängt an wenn dann Pflanze oder Zombie tot ist übernehme ich und dann wollen wir mal schauen habt Mitleid mit uns ich habe Sally eingeladen in mein Refugium das ist unser Dach und wir haben leider gefühlte 50 Grad bei 22 über 35 aber es ist ja Ferien und vielleicht kriege ich ein paar Kilo runter wenn ich hier noch weiter schwitze ja dann würde ich sagen Start To play welches? ja keine Ahnung nehmen wir Türmatte Türmatte der ideale Ort für Einstein ist ja was für mich ist was für uns je schlechter du spielst desto mehr Gesundheit hast du beim nächsten Spawn warum weil das verrückt ist Anpassung und freigeschaltete Spielcharakter sind nicht zulässig achso dann einmal suchen spielst du ja jetzt ist der Bildschirm schon dass noch was kommt naja Sally ist leider etwas erkältet wir hoffen dass wir es bis Donnerstag weg kriegen weil sonst muss ich alleine auf die Games kommen das wäre natürlich schlecht aber zur Not würde ich mich dafür natürlich hinreißen lassen aber ich nehme Mama mit das passt ja dann sind wir ja immer noch zu zweit weil nicht dass ich verloren gehe und wie soll ich nehmen keine Ahnung was du möchtest Erbsenkanone ok Erbsenkanone ich hab irgendwie das Gefühl ich hör keinen Ton liegt das an mir ja wir haben Ton wir haben Ton wir sind ja schon mal super vorbereitet ja kann sein ich hab den Fernseher irgendwie den Ton runtergeschaltet ich hab davon gesagt da kommt kein Ton du so ne da ist Ton ich hab's gemerkt machen die leiser dich ja ok ähm ich weiß nicht warum aber ich mach mich zu zweit ok jetzt hab ich schon gesehen ich hab's gemusst ich hab's gemusst ich hab's gemusst ach ich hab's gemusst General Jack 06 jetzt sind die erste Pflanze ist quasi tot also probier mal einfach mal ob ich ein bisschen mehr Glück hab weiß ich noch nicht aber ich glaub auf der Brücke sind nicht irgendwie nur Zandys da wenn er jetzt einfach macht oh der ist tot das ist mir jetzt unangenehm das ist mir jetzt leicht unangenehm aber ich brauch jetzt mir noch irgend so ne Stelle aaaaaaah das war irgendwie gar nix jetzt hab ich auch die Treppe hoch gehen lassen ja zu Fuß auch das ist viel zu viel Bewegung ich muss jetzt mal gucken wenn man hinten irgendwie eliminieren kann dann ist das Ei das ist Ei da kommt der 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 kommt ich muss mich mal ganz kurz da raufschieben ich hab keine ahnung wo der Kollege jetzt gerade hin ist das heißt 6 zombies gegen 7 pflanzen ok ooooh ach nee das war ja eine alge ach nee das war ja eine alge Oh, jetzt hat mich letztendlich einer hier von den Allstars erwischt. Die Allstars sind ziemlich stark. Wir sind gerade mal Level 13 sind wir. Ja, ich glaube 13 oder 12, 13 oder 15. Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall noch nicht so gut, glaube ich. Das heißt, wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch nicht so viel. Ich meine, ich bin da mit 100 und es ist schon wieder besser. Oh mein Gott, 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 ich kann das nicht, ich kann das still nicht, ich kann das nicht. Wir haben noch, wir müssen jetzt mal da vorne bauen, jetzt nicht der Allstars, der kann stark sein. Die entbittet mich keine Vorhoffahrten zu spielen, aber nein, 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 komm, schießt sie, komm, wieso schießt sie die Chili-Bomben nicht ab? Ja, weil der dann nicht voll war, ist wahrscheinlich, wenn es hat der die Chili-Bomben, oder nicht? Ist irgendjemand da, der uns gesund machen will? Nee, jetzt kannst du gleich weggehen. Also müssen wir einfach mal gucken, dass wir selber was finden. Wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Gucken, dass wir was finden. Ganz witzig, jetzt waren wir mal, ach, ich wollte eigentlich da hoch, aber dazu hätte ich ein bisschen rennen müssen. Rennen war eindeutig der andere Knopf. Aber jetzt versuche ich mal, da vorne irgendwo auf den Dach zu kommen. Du kannst ja höher springen, wenn du willst. Bisschen von oben hier die Freunde hier anzugucken. Ja, das ist doch deine Freunde. Den hier, das wird mein Freund drin. Das wird dein Freund drin. Hab ich jetzt irgendwann... Oh, der... Der schießt aufs Dach. Ja, 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 der ist hinter mir. Hier ist aber ein Chili-Bomben. Ja, ja, ja. Danke für den Tipp. Der muss da sitzen. Oh, der hat den Dach geschossen. Ist der noch da? Ich glaube, das ist geflohen. Ist er geflohen? Ja, ich bin aber mit zwölf Prozent nicht besonders... Peile mehr. 0 zu 1. Ich finde die Namen, die nennt man sich immer nicht so wie man in der Geschichte heißt. Ja, genau. Ja, wie sieht sie in den Momenten aus? 17 zu 24. Die Zombies haben leicht die Oberhand. Sieht im Moment ein bisschen schlecht aus für uns. Ja, ich halte ihn doch. Ich versuche den mal wiederzuleben, genau. Wir können den anderen wiederbeleben. Das heißt, dann bekommen wir Punkte. Und der Gegner bekommt einen abgezogen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, ist... Nein. Ist, 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 ist. Wo? Ich kann ja nicht entscheiden, wenn ich ihn freuen oder heulen soll. Keine Ahnung, kämpfen. Kämpfen ist besser. Geht nicht, geht noch eine Maschine wieder auf die Entfangen. Nein, nein. Ja, aber... Okay, wo muss ich jetzt mal... Jawohl, lass mal gucken. Da hinten auf der Brücke. Ich müsste tun, ich nehme jetzt schon wieder. Oh mein Gott. Äh, ja. Äh, liegt das an der Erkältung? Oder... Es liegt nicht an mir. Okay. Ich dachte ja noch. Ich habe halt wieder schrocken. Weil das Fahrrad da jetzt so ein bisschen... In und herleit. 28 zu 20. Aber ich bin doch nicht gestorben. Ja, wir sind auch nicht gerade am Gewinn. Äh, hier. Äh, jetzt... Schmeiß mal eine Bombe dann hoch. Okay, warte mal. Ich kann nicht hochschmeißen. Ich kann nur rein, glaube ich. Ja, da rüber. Da, wo die sind. Da, komm, da rüber. Jawohl. Hast du keine? Du hast doch nicht schon die Bombe. Ja, er verheizt sich aber. Deswegen ist er ja schon ziemlich stark verletzt. Deswegen kann ich ja eben abschießen. Ist doch der Fisch da. Ist doch der Fisch da. Nein, aber schaut, er ist jetzt... Schießt, schießt, schießt. 2, 2, 2, 2, 2. Hast du, bist du. Bist du. Jawohl. Ja, nein, nein, nein. Falscher Knopf. Und alles schlägt. Und es wird alles schrecklich. Ich bin jetzt auch nur nicht so tot. Schade, schade. Aber... Aber wir werden wieder belegt. Okay, das ist hoffentlich gut. Bist du in der Tat oder ich? Du warst tot. Tod ist tot. Für totes hier gibt es nichts. Da sind die Jungs. Der rennt da. Der fischte du. Hey, sind die Jungs? Oh shit. Habt zum falschen Zeitpunkt. Habt zum falschen Zeitpunkt. Nichts aber. Habt das Maschine wieder rausgepackt. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht. Das war die Jungs oder die Jungs. Nicht so gut. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass... Du wirst doch mal mitspielen. Komm, wir sind wieder ein bisschen näher dran. Oh, ich renne mal. Das ist zu langweilig. Wenn wir rennen, kommst du noch ein bisschen schneller hin. Hey, hier ist aber schon Ende. Hey, wie fühle ich das? Ich gehe noch nicht faszinieren. Ganz falsch, du musst nach rechts. Da, wo die Helme sind. Ja, Helme sind überall. Die Helme sind nur auf der Seite. Das ist ja eine Pflanze, dann gehe ich nicht mehr da. Oh mein Gott, das ist ein Wopf. Das ist ein Wopf. Das ist von dem... Hessen, der ist. Das ist ein Luftschiff. War irgendwie ein Wopf hier drin. Okay, okay, okay. Den hast du nicht gerückt, dass irgendeine... Glaub nach! Mit deinen Erbsen. Da muss das auch sein, was du durchschließt. Fürsiche. Ja, jawohl, hast du. Komm, ich sag, ich steck dich halt, ich mach was. Findest du jemanden, der dich heilt? Geh doch hoch! Geh hoch! Geh hoch! Du hast eine Sonnenblume. Ja, ein bisschen. Ist das keine Sonnenblume? Ja, das ganze Blume ist so ein bisschen... Ich steck dich nicht mehr. Du bist es zwischendurch mal geheilt. 47. 35. Wie kann es nicht gehen? Na ja, die kann jetzt nicht da hoch, weil da ist alles zu. Ja, das sind doch voll viele Mit-Forderungen. Komm. Na, ne? Hast du auch Flosko? Oh nein, keine... Ach, das ist schon unsicher. Was war das? Ich weiß, das war nichts Böses. Das waren die Maiskolben da. Ja, genau. Wieder in der Kompare. Ich muss mit. Aber... 39. 40. 40. Jetzt heißt es mal nur noch ein bisschen die Power anschlafen. Wir sind vorne. Jetzt hier können wir einfach die Erdung verbringen. Das ist Sonnenblume. Okay. Jetzt ist er aufs Einfluss. Oh! Na ja, wir sind gleich mal gucken, aber einfach... Die heilt sich einfach so. Das ist eigentlich schon... ... die Vorrede. Das ist... ... als Person verlegt man zu schleifen. Ich habe ja schon gemerkt, dass das Spiel total cool aussieht. Ich finde die Grafik so klein wie hier. Oh! Der hat mich voll erwischt. Der hat mich aber voll Kanne erwischt. Das ging aber voll mal ins Glück. Ich glaube, wir haben gewonnen. 59. 40. Der Hut. Auch nicht, aber jetzt. Okay. Pflanzen. Siegreich. 50. 46. Schauen wir uns mal unsere Statistik an. Die ist bestimmt hervorragend. Also mehr her als hervorragend. Na ja, also ein paar Punkte haben wir bekommen. Wir könnten uns ein paar Sticker kaufen. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben sieben getötet. Es sind achtmal selbst getötet worden. Haben wir irgendwas erreicht? Nein. Nein. Wir sind irgendwo bei den Top dabei. Wir sind so in... ... in... gesicherten Mittelfeld. Ja, Freunde. Als erster Einstieg. Schauen wir mal. Und... Gucken wir mal. Wir werden uns auf jeden Fall noch verbessern können, sage ich. Schauen wir mal. Und...